schnauze jetzt hier nur durchlaufen bleibt einfach liegen und ignoriert mich hey leute hier ist der aldemar made fallout for survival so es geht los ich will den bunker hier leer räumen ich bring die alle um und dann gehen wir raus wir looten noch das machen wir jetzt nebenbei gleich warte mal wo fangen wir denn an wir müssen irgendeinen töten ist alles nachgeladen ok die kronkorkenminen funktionieren irgendwie nicht das habe ich schon ausprobiert ok obwohl ich könnte hier eine kronkorkenmine hinlegen und ich kann dann eine granate zwischen werfen oh shit oh shit kann ich da drauf schießen einfach genau so ok jetzt muss ich direkt ein bisschen drauflegen hier oh shit nein am i hier rum schieß es ist scheiße Roboter abschauen, ihr Psychopathen! Oh Mann, ich muss mir abspeichern, ey. Wuhu! Ist das ein Laden hier? Na, 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 na. Woher haben die denn die ganzen Sachen, ey? Wie viele Jahre die damit auskommen? Dekaner, und wie brauchen die denn? Brauchen die denn bitte Duft noch? Die Hörnern sowieso, äh, riechen sowieso nicht. Die Hörnern, die Hörnern sowieso nix. Okay. Oh, schön. So. Ja, genau. Und zwar meine Ordnung. So. Mist. Okay, ich glaube, ich brauche Verstärkung. Ich kann dir doch Befehle geben. Komm mal her, mein Freund. Ey. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Funktioniert nicht. Oh. Wow. Oh. Haha. Das nächste Mal mache ich auf Selbstzerstörung bei dir. Ey, stimmt, das könnte ich ja machen. Dann sprengen die sich alle gegenseitig in die Luft. Ja, das brauche ich, das Wasser. Nun Kakaola-Flasche. Warum ist denn überall Sachen drin? Dann haben hier noch andere Leute gearbeitet, außer die Robo-Brains. Wer lebt denn hier noch? Hallo, wo seid ihr denn? Da ist Momo. Den habe ich schon gelootet. Hier ist Fabel. Die können wir nämlich gut gebrauchen irgendwann mal. Wie viel Farbe hat der? Aber guck mal, hier kann man Farbe mischen. Nee, kann man nicht irgendwie hier. Normalerweise geht das. Das sind leere, viele leere Farbdosen. Okay, gehen wir nochmal runter. Eigentlich ist doch die, äh, die Schuldige hier. Diese Gilda war das doch, glaube ich. Nein, die schlafen nicht. Wofür haben die überhaupt Betten? Okay, die habe ich schon getötet, hä? Aber wir sind hier schnell durch. Das dauert nicht lange. Viele leere Flaschen und Dosen. So lukrativ ist das jetzt auch nicht. Aber, ist als nichts. Irgendwas drin. Plastikmesser. Ja, toll. Als wenn die Plastikmesser hätten, diese reichen Fritzen. Wo voll die alten Schränke überall rumstehen natürlich. Die reichen Fritzen. Ich glaube, die sind schon alle tot, ne? Ein bisschen zu wenig los, finde ich, hier im Bunker. Aber ich finde, es fehlen irgendwie noch ein paar Vault-Tags. Das sind irgendwie zu wenig auch. Oh, ist das denn hier? Oh, ach so. Oh, oh. Oh, Gott. Wee! Das ist Gilda. Die Schuldige. Gilda Letta. Aus damit. Alles mal nachladen. Gilderoy. Und diese Lupen. Detektiv. Irgendwas stand da. So, ich habe doch hier noch ein paar getötet. Lass es mich wissen, wenn du Monizier findest. Oder Kate. Oh. 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 Wenn jetzt Preston da wäre, der hätte mich verflucht. Bin wahrscheinlich voll der Held immer noch in seinen Augen, wenn er wüsste, was ich hier gemacht hätte. Na gut, ich habe auch nur Roboter umgebracht. So ist nicht, aber... Mit Menschen gehören drin. Ja, hier haben die sich operieren lassen. Ey, 100 Geld oder was war da? Oh, die Mine. Stimmt. Oh, Dogmeat. Scheiße. Und Kate ist auch noch da. Oh nein, das funktioniert nicht. Im Ernst. Naja, da muss ich wohl zu Longfellos Hütte zurück. Das ist doch ein bisschen ärgerlich. Ist doch noch auf Survival, ne? Muss ja. Muss ja auf Survival noch stehen. Ja. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber Kate liebt mich ja schon. Da können wir nicht lang. Wie bin ich denn nochmal da hingekommen? Oh ja, hier war das. Oh ja, wir können eigentlich schon wieder rausgehen. Mehr gibt es hier nicht. Wichtig ist. Gut, dann verpissen wir uns. Ah ja, das wollte ich noch holen. Das war wichtig. Sehr gut. Hervorragend. Scheiße, raus hier. Ah, bin ich froh, dass wir das hinter uns haben. Nee, watschön. Oh, hier waren wir noch nicht. Oh. Ein Museum. Daran kann ich mich nicht erinnern. Cool. Cool. Aha. Das wär's. Was soll das denn hier sein? Müll. Aha. Ausgezeichnet. Ach, hier war der Aufseher. Pümpel. Drei Spitz. Ah, Schädel. Ja. Geschafft. So. Ich will die Schaufel haben. Mit dieser Schaufel wurde erst spannend und medizinischem Vorschuss dann zum Kado sein, wenn er zu ehler durchgeführt hat. Die Finanzierung und die Bauleiterprojekte von Mr. Restaurant Parker übernommen. Okay. Wir sind überladen. Dann brauchen wir Mumu. Aber Mumu wird wahrscheinlich festbaggen. Dann gehen wir jetzt mal zum Fahrstuhl und verpissen uns. Auf diesem Kackort. Wir hier rumstehen, ne? Voll gruselig. Stell dir vor, jetzt kommt einer in den Bunker und findet die alle so. Ich war kurz zu einkaufen, wo sind... Oh nein, die sind alle tot. Ja, ha, ha, ha. Ah. Tja, sehr undrukrativ hier unten auf jeden Fall. Ach so, das ist der Trakt, der niemals fertiggestellt wurde, oder? Ey, hier war ich, glaube ich, noch nie. Wow, krass. Guck mal, eine Parkgarage. Im Ernst? Heftig. Stimmt, ja, da oben ist ja diese Luke, ne? Die haben ja einfach geparkt in ihrem Hotel. Ihrem Bunkerhotel. Was denn hier passiert? Ist das der Trakt, der nie fertiggestellt wurde? Ja, ist hinter so einem Container, guck mal. Okay. Okay. Voll der Fäulnisgarten. Heps. Äh. 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 Okay. Wir können damit nicht fahren. Guck mal, Luxusmobile. Tja. Schön. Gehen wir wieder. Boah, ich brauch mal ne Nuka-Cola oder so. Das gibt's doch nicht. Na gut. Dann nicht. Oh, entschuldigung. Geh mal raus. Ist ja Gott sei Dank nicht weit. Entschuldigung, schlug auf. So. Oh, hier. Wollteck. 118 Anzug. Den brauchen wir wenigstens noch. So. Außer diesem Dreckspuff. Drecksladen. Wir brauchen den Detektiv und besiegeln unseren Tod. gut. So. So, Momo wird jetzt hinter mir spawnen. Da geben wir erstmal ganz viel Krempel. Dogmeat geht zu. Okay, ja, das war klar. Handeln wir. Guck mal, das geht doch. Haha. Die bugt aber jetzt hier fest und die können wir nur befreien, indem wir schnell reisen. Deswegen habe ich die Survival-Schnellreise-Sache wieder angemacht. Nur um diesen Bug zu beheben, ja. Ich reise ja eigentlich immer nur schnell, wenn ich irgendwelche Bugs beheben will. Das geht ja nur per Mod. Aber leider müssen wir das so machen. Anders geht's nicht so. Wir können jetzt nicht Momo von hier aus losschicken. Das bugt dann auch. Ach, schon wieder Musik. Schnell weg hier. Content claim YouTube. Hey, wir sind falsch rausgekommen. Ne, warte, hier gibt's noch einen Fahrstuhl. Warte mal. Hier. Jetzt sind wir nämlich eigentlich schon draußen. Und Momo ist eigentlich auch schon draußen. Das ist der einzige Fahrstuhl, der irgendwie draußen existiert, ja. Vielleicht kommt Momo jetzt mit. Das wäre super. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich meine, wir müssen eigentlich zu Longfellow's Hütte. Aber wir gucken mal gerade. Okay, Dogmeat. Okay, Dogmeat. Fahrbar. Animal Tracking. So. Informiere Fahrbar über Blabla. Arcadia Windpark. Äh, Startschlüssel. So, wir haben hier Wirrfleisch ins Wasser. Das ist eigentlich eine wichtige Quest, die wir abschließen müssen, um wir, damit wir noch die Siedlung bekommen. Pass auf, da müssen wir als nächstes hingehen. Das ist da. Einfach nach Westen laufen. Oder so grob. Äh. Und wenn wir das dann haben, die letzte Siedlung, dann werden wir uns befassen mit den verschiedenen Tötungsdelikten. Guck mal, hier ist aber ein schöner Weg. An den verschiedenen Siedlungen. Oh, guck mal hier. Oh, da habe ich Dreck gesehen. Im Augenwinkel. Oh, ich muss noch was trinken. Wir essen aber erst mal. eine Markierung entfernen. Hervorragend. Genauso. Oh, ist aber ein hübscher Weg hier. Oh ja, so viel dazu. Ist hier das Kino? Hallo? Die sind zu hohl. Ich glaube, ich bleib hier nicht auf der Seite. Wir machen Sturmangriff. Oh, scheiße. Ah, hier ist aber irgendwo das Kino. Was ist denn denn? Über mich, oder? Wow, das war... Ah! Ah! Ich mag Schreibmaschinen. Du schreien! Schreien um wertloses Leben! Ah! Ja, komm, 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 komm zu mir! Komm schon! Der will ja nicht. guuuut! Wo soll er auch werden? Ach, endlich draus aus diesem Bunker. Mir geht's richtig gut. Hallo? Kommt er hier? Nein, die kommen hier einfach nicht hin. Wie er rumgeflogen ist. Der ist aber lustig hingefallen. So. Okay. Hüpps. Dann das andere Haus. Ich bin ein bisschen flink. Ich muss mal meine Sensitivität wieder runterstellen hier. Geht gar nicht auf. Von der anderen Seite festgekettet. Gibt's doch gar nicht. Blöde Frau! Ach, da oben! Plasmarisiere das. Haben wir eigentlich Level? Nein, haben wir nicht. Schade. Ich muss mal Plasma-Waffen und Pistolen und alles upgraden, aber eigentlich auch egal. Lalalalalalalalalalalalala. Ach so ist das. Warte mal. So schön bin ich noch nie gelaufen. Guck mal, er hat den Mini-Nuke nicht abwerfen können. Guck mal, hier liegen noch über die Kronkorken rum. Geil, so kann ich Kronkorken farben. Ach so, das Auto explodiert. Ich werde mal aufpassen. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Okay, dann weiter. Nach grob Westen. Heps. Ich glaube, hier war ich schon. Oder? Schnauze jetzt. Hier, nur durchlaufen. Bleibt einfach liegen und ignoriert mich. Das gibt's doch nicht. Oh, da ist das Level. Oh, ich hab irgendwas abgelegt. Muss ich gleich unbedingt gucken. So, jetzt gucken wir mal. Was hab ich denn momentan viel geskillt? Action Girl. Für Ausdauer. Mr. Sad Man. Bring me your dream. Boom, 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 boom. Kill a sleeping person. You're science. Rappen, do an additional 5-5-5-Sneak-Attack. wann haben wir das noch? Ein mysteriöser Typ. Watz benutzen wir leider im Ding jetzt nicht. Äh, Ninja. Schleichen tun wir auch nicht viel. Nuklearphysiker. Du weißt, wie man Atombespalt und Wäschte-Strahlung machen. So, bla, bla, bla. Durch die Deckung noch mehr Watz. Aber, wie gesagt, Pass auf. Ähm, das hier wär cool. Bladyman's 5% Damage when your enemy's below 30% means enemy will sometimes explode into a glow, äh, a gory red paste. Hm. Pistolen hab ich halt noch nie geupgradet hier. Ich geh erstmal auf Luck. Da, ich hab was abgelegt. Hab ich doch gewusst. Ich han es doch geahnt. So. Den auch noch. Wie schön. So. Okay, alles klar. Leute, ähm, ich spreche hier ab. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Da gehen wir zum Initializierungsritus. Das ist schon, was ich meine. Und bis dahin. Haut rein, Leute. Tschö. Wie schön. Bis zum nächsten Mal.